Hi, ich bin Hanna und ich drehe heute meinen eigenen Trickfilm. Ist das nicht eigentlich voll kompliziert? Ach na ja, kompliziert ein bisschen vielleicht. Du brauchst halt ruhige Hände und vor allen Dingen Geduld, denn ein Trickfilm zu machen bedeutet viele, viele, viele Fotos hintereinander zu machen und das dauert einfach. Dafür ist es am Ende cool, wenn es funktioniert und super aussieht. Yeah, und ich bin die Regisseurin. Klappe die Erste. Fast alles, was ihr braucht, ist wieder in der Box. Lösterklemmen, Draht, eine Zange und Kabelschuhe. Das sind diese kleinen roten Dinger hier. Dazu noch euer Lineal und vielleicht einen schwarzen Filzstift. Daraus bauen wir zuerst unsere Trickfilmfigur. Der Draht ist genau einen Meter lang. Den teilt ihr zuerst in fünf gleich große Stücke. Jedes muss also 20 Zentimeter lang sein. Lieber genau nachmessen. Die Zange hat an der Seite eine Klinge, damit könnt ihr den Draht durchschneiden. Ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es hilft, die Zange so hin und her zu bewegen und dann zu schneiden. Jetzt werden die Drähte nochmal in der Mitte geknickt und verdreht, damit sie später besser halten. Ich habe hier so eine Schlaufe um die Zange gemacht, dann geht es ganz einfach. Aber dreht es noch nicht zu fest. Die Enden könnt ihr nochmal abschneiden, damit alles gleich lang ist. Und genau das macht ihr jetzt mit allen fünf Drahtstücken. Am Ende sind sie dann ungefähr neun oder zehn Zentimeter lang. Das werden später Arme und Beine. Jetzt braucht ihr noch einen Körper. Den baut ihr aus diesen Klemmen hier. Die könnt ihr einfach abdrehen und unterschiedlich große Stücke daraus machen. Zwei Dreierblöcke für Schulter und Hüfte, ein Zweierblock für den Kopf. So, und wie passt das jetzt alles zusammen? Ganz einfach. In den Klemmen sind kleine Schrauben. Die könnt ihr aufdrehen und dann ein Drahtstück in die Öffnung schieben. Wenn es nicht gleich passt, noch ein bisschen zusammendrücken, dann müsste es ganz leicht gehen. Genau so. Möglichst weit reinstecken und dann die Schraube wieder festdrehen. Wenn sich der Draht nicht mehr rausziehen lässt, habt ihr alles richtig gemacht. Und auf diese Weise könnt ihr jetzt eure Figur zusammenbauen. Wie das aussieht, ist ja klar. Kopf, Hals, Schultern, Bauch und Hüfte in einer Reihe und dann noch die Arme und Beine dazu. Jetzt sieht das Ganze schon aus wie ein kleiner Mensch. Fehlen nur noch Füße und Hände. Dafür müsst ihr die Drähte nochmal aufbiegen. Zwei Drähte werden ein Stückchen abgeschnitten, etwa ein Zentimeter weit. Dann wieder gut zusammendrehen. Dafür könnt ihr auch gerne nochmal die Zange benutzen. Und jetzt werden diese kleinen roten Kabelschuhe so weit auf die Drähte gesteckt, bis sie oben wieder ein kleines Stück herausschauen. Sieht man jetzt nicht so gut in der Kamera. Dann werden die roten Plastikteile zusammengepresst, möglichst ganz unten am Kabelschuh, sonst hält es nicht. Das Ganze wiederholt ihr an dem anderen Arm und an beiden Beinen. Immer zwei Drähte kürzen, wieder zusammendrehen, draufstecken, zusammenpressen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch einmal vorher probieren. Wir haben euch einen Ersatzkabelschuh in die Box gelegt. Die Füße müsst ihr am Ende umknicken, damit eure Figur auch stehen kann. Das könnt ihr mit der Zange machen oder vorsichtig mit den Fingern. So, fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr der Figur auch einen Namen geben. Ich habe meine Elektro Freddy genannt, weil sie aus lauter Drähten besteht, die eigentlich für elektrischen Strom gedacht sind. Jetzt braucht Elektro Freddy noch eine Bühne. Dafür verwendet ihr den Deckel der Box und den schwarzen Karton. Den streicht ihr ordentlich mit Kleber ein und pappt ihn an das hintere Ende der Box, genau in die Mitte. Und damit die Bühne auch eine Rückwand hat, gibt es noch dieses größere Stück Pappe. Ihr findet es am Boden der Co-Box. Darauf klebt ihr den zweiten schwarzen Karton. Auch an eine Seite und genau in die Mitte. Jetzt müssen die beiden schwarzen Kartons aneinanderstoßen. Ihr legt die Rückwand so auf die Box und passt auf, dass sich die Seiten der Kartons genau treffen. Ihr könnt noch einmal nachmessen. Die Rückwand sollte jetzt 20 cm hoch sein. Wenn alles stimmt, nicht mehr wackeln und die Rückwand mit viel Klebeband an der Box befestigen. Damit ist die Bühne fertig. Aus der kleineren Pappe baut ihr jetzt noch ein Stativ, damit die Kamera später bei der Aufnahme nicht wackelt. Zuerst müsst ihr die Pappe in der Mitte falten. Dafür macht ihr bei genau 14 cm kleine Markierungen. Dort legt ihr euer Lineal an und könnt mit der Schere die Pappe ein wenig eindrücken. Dann lässt sie sich leichter knicken. Aber vorsichtig, nicht durchschneiden! Damit euer Handy jetzt darauf hält, müssen da noch kleine Schlitze rein. Probiert die richtige Position mit eurem eigenen Handy. Zeichnet kleine Markierungen und schneidet dann dort direkt in die Pappe. Lieber nicht zu tief schneiden. Eure Kamera muss am Ende immer noch über das Stativ drüber schauen können. Bei mir hat's gleich beim ersten Mal funktioniert. Ihr könntet jetzt aber die Schlitze auch noch tiefer machen, falls es wackelt. Jetzt brauchst du auf deinem Handy eine App, mit der du Stop-Motion-Filme machen kannst. Ich benutze Stop-Motion Studio. Das könnt ihr zum Beispiel im Google Play Store oder im App Store kostenlos herunterladen und installieren. Nach dem Installieren öffnet ihr die App, wählt Neuer Film und erlaubt, dass die App eure Kamera benutzen darf. Unter Einstellungen wählt ihr jetzt aus, wie schnell euer Film abgespielt wird. Am besten stellt ihr die Zahl 12 ein. Unter Filmformat stellt ihr ein, dass der Film ein Quadrat werden soll, ähnlich wie die Bilder bei Instagram. Wenn alles vorbereitet ist, könnt ihr das Handy aufs Stativ stellen. Richtet die Kamera so aus, dass ihr nur den schwarzen Karton filmt und nichts von der braunen Box zu sehen ist. So sieht das schon gut aus. Jetzt markiert ihr mit Klebestreifen die Stelle, an der das Stativ steht und am besten auch, wo die Box steht. Falls ihr es später aus Versehen verrückt, könnt ihr alles leicht wieder einrichten. So, und jetzt ist es Zeit, dass Elektro Freddy endlich seine Bühne betritt. Noch kurz in die Maske, dann kann es losgehen. Achtet darauf, dass eure Figur von Kopf bis Fuß gut zu sehen ist. Und damit Freddy nicht umkippt, schraube ich die Füße direkt am Karton fest. Falls ihr wollt, dass er laufen kann, müsstet ihr später für jeden Schritt die Schrauben lösen und woanders wieder reinschrauben. Aber mir genügt es, wenn die Figur erstmal nur auf der Stelle tanzt. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm genau auf die Figur tippt, stellt die Kamera richtig scharf. Dann drückt ihr auf das Fotosymbol und ab jetzt geht's los. Bei einem Stop-Motion-Film macht ihr immer nur ein Bild, möglichst ohne zu wackeln. Und dann verändert ihr eure Figur ein ganz kleines bisschen. Zum Beispiel hier an der Hüfte. Dann wieder ein Foto und wieder eine kleine Veränderung. Das macht ihr jetzt ganz oft hintereinander. Ihr braucht immer zwölf Fotos für eine einzige Sekunde Film. Ihr könnt zwischendurch auch auf den kleinen Pfeil drücken, zurückspulen und könnt ein Zwischenergebnis ansehen. Mindestens zehn Sekunden sollte euer Film aber werden. Also mindestens 120 Bilder lang. Am besten natürlich noch mehr. Wenn ihr damit fertig seid, drückt auf den Pfeil oben links. Da findet ihr euren fertigen Film. Den könnt ihr dann speichern, veröffentlichen oder an uns schicken. Denn was wäre ein Film ohne Zuschauer? Ich habe jetzt 300 Bilder mit Freddy gemacht und präsentiere euch jetzt stolz meinen Film. In der Hauptrolle Elektro Freddy. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!